Hallo und willkommen zurück zu Nelke und den legendären Alchemisten. Ja, erstmal stehen Besucher an. Mit Leuten? Mit wem? Auf jeden Fall erstmal mit Feld. Der hat ja vielleicht neue Rezepte oder was weiß ich. Oh, ich schätze, ich habe jetzt genug. Ich frage mich, ob Wiese mehr hat. Hallo Feld. Prüfst du gerade deine Vorräte? Hallo ihr beiden. Ja, ich habe gerade mich daran erinnert, dass mir die Bomben ausgehen. Wirklich? Mir sieht es so aus, als hättest du mehr als genug. Ja, ich glaube Wiese hat sie nachgefüllt, denn sie weiß, dass ich dazu neige, sowas zu vergessen. Na dann kennst du dich wohl sehr gut, was? Naja, wir sind ja Kindheitsfreunde. Ich dachte ihr seid Geschwister. Achso, vielleicht haben die auch geheiratet, wer weiß. Ähm, also dann sind sie natürlich keine Geschwister. Ähm, also sind Kindheitsfreunde, sie kann in mir lesen wie in einem offenen Buch. Ja, sie muss denn ja alles über dich wissen. Ja, wo wir gerade beim Thema sind. Du und Misty, ihr seid doch auch Kindheitsfreunde, oder? Ja, Misty hilft mir schon mein ganzes Leben lang. Ich würde sagen, ich weiß alles, was man über Nelke wissen kann. Zum Beispiel weiß ich, dass sie, äh, keine Ahnung, das erste und sie hat irgendwie ein geheimes Versteck, wenn sie sich nicht gut fühlt. Woher weißt du das? Ja, ich bin deine Maid. Äh, da muss mir doch sowas auffallen. Ja, das ist fantastisch, Misty. Ähm, klingt so, als ob sie, äh, als ob sie dich nie an der langen Leine lässt, Nelke. Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, das hat jetzt kaum was gebracht. Dann reden wir nochmal mit Lita wahrscheinlich. Am selben Ort. Mein, ähm, Monster an das ich mich am besten erinnern kann? Ja, wahrscheinlich die riesig großen. Riesige Monster? Oh, erzähl mir mehr davon. Riesen? Hey ihr beiden, worüber redet ihr gerade? Das ist glaube ich ihr meistgesagter Satz. Worüber redet ihr gerade? Oder ist auch der meistgenannte Satz in allen Atelierspielen, weil alle Alchemisten sind immer so furchtbar neugierig. Oh, hallo Nelke. Lilly wollte mir gerade erzählen, ähm, was für unterschiedliche Monster sie begegnet ist in ihrer Welt. Wenn ich mehr über die Monster von anderen Welten weiß, dann könnte uns das helfen mit den Monstern hier. Verstehe. Und was für Riesenmonster hattest du bisher? Naja, das, woran ich mich am meisten erinnern kann, ist der Riesenpony. Die, ähm, ganze Stadt war in hoher Aufruhr und niemand konnte die Stadt verlassen. Das war einer der härtesten Kämpfe meines Lebens. Wow, der Pony klingt ja nach einer lebenden Naturkatastrophe. Mir ist mal ein ähnlicher Pony untergekommen. Ähm, es hat mich sogar gefressen. Was, du warst in einem Pony? Ja. Ähm, ich musste nach etwas suchen. Aber, ähm, es war kein übler Pony. Also ist letztendlich alles gut gegangen. Ich war noch nie in einem Pony. Wie war's da? Naja, wie soll ich sagen, es war halt alles so Pony mäßig. Alles Pony mäßig. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Der Boden war Pony, die Monster drin waren Pony. Alles war Pony. So halt. Verstehe. Ähm, würde mich auch mal interessieren, sowas zu untersuchen. Ich frage mich, ob es in dieser Welt auch Riesenpony gibt. Ich würde gerne mal einen sehen. Hier auch kein Freundschaftslevel. Hm. Ja, dann gucken wir vieres nochmal. Würde ich sagen. Und er hatte einen Nerv, mir zu sagen, ich kann ja nach Hause kommen, wenn es zu schwierig wird. Aber er hat mir doch überhaupt die Ziele gegeben. Ich glaube, Nelke spricht gerade über ihren Vater. Ist das nicht? Hallo Nelke. Ach, äh, interessant dich hier zu treffen. Bist du spazieren? Na, ihr beiden. Was ist denn los? Du hast doch irgendwie Selbstgespräche geführt. Naja, ist jetzt ein bisschen peinlich, aber mein Vater hat mir diesen riesig langen Brief geschickt. Ich weiß, er macht sich um mich Sorgen, aber irgendwie ist er manchmal wie so ein Helikoptervater. Ja, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich durfte meine Heimatstadt nicht ein einziges Mal verlassen, als ich noch im Wachstum war. Selbst wenn es total wichtig war, hat jedes Mal meine Mutter Nein gesagt. Oh, das klingt ja so, als hättest du eine Menge durchgemacht, Vieres. Ach, Eltern sind doch überall gleich, egal wohin man geht. Als ich Vio geholfen habe mit ihrem Laden, haben uns unsere Eltern ständig Briefe geschickt und uns darum gebeten, dass wir doch zusammenziehen sollen, damit wir aufeinander Acht geben können. Was du auch, Bartel? Ja, dann machen sich alle unsere Familien wohl zu viel Sorgen. Wie dem auch sei, ich fühle mich viel besser jetzt. Kein Problem. Aber du solltest irgendwas Nettes für deinen Vater machen, ab und zu mal. Denn ich bin sicher, er schickt dir diesen Brief nur, weil er sich einsam fühlt. Ja, das kann gut sein. Aber ich wünschte wirklich, er würde mich einfach mal machen lassen. Naja, irgendwann wird das schon. Und wir helfen, soweit es geht. Wenn wir uns beeilen und die Aufgaben schnell erfüllen, die er dir gibt, dann wird er sich bestimmt auch entspannen. Ja, dann müsste er schon ziemlich entspannt sein. Wir haben, glaube ich, in Runde 25 die Aufgabe für Runde 40 erfüllt. Also, das war doch ganz okay. Ja, vielen Dank. Und hier wenigstens ein Freundschaftslevel. Da fehlt uns jetzt aber noch einer, damit wir unsere Nebenquest erfüllt haben. Machen wir aber nicht jetzt. Jetzt werden wir untersuchen. Kurz einmal research, ob da sich was getan hat. Nö. Untersuchen. Ja, ich hatte überlegt ja, wegen dieser Quest mit dem Seedcaster. Wo wir noch vier Runden Zeit haben. Aber ich glaube, ich warte damit noch eine Runde. Und zur Not lasse ich diese Quest vielleicht sogar sausen. Die ist nicht so wichtig. Man kann vielleicht auch gar nicht alle Quests machen. Oder das ist nicht unbedingt klug. Ich würde jetzt doch diese Sachen gerne haben wollen. Auch wenn wir sie jetzt in dieser Runde vielleicht noch nicht brauchen. Wir brauchen sie bestimmt nächste Runde. Und dann haben wir sie schon mal. Das Level 18 Monster wird natürlich ganz sportlich werden. Aber muss man mal gucken. Das macht mir jetzt auch ein bisschen Sorgen, das Level 18 Monster. Wenn wir es nicht versuchen, finden wir es nicht raus. Also. Gute freischalten. Und dann ist die Frage. Noch irgendwas? Wir könnten natürlich Attribute steigern, wenn wir hier nicht zurecht kommen. Aber ich denke, wir können es einfach erstmal so versuchen. Ja. Haben wir sonst noch jemanden neu inzwischen? Ne. Die wollen alle noch nicht. Ich lass die Truppe mal so, wie sie war. Die hat mir ganz gut gefallen. Sonst nehmen wir es. Ne. Das hatten wir alles geguckt. Dann auf geht's. So. 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 Das ist schon mal nicht der Greif. Schon mal ganz gut. Aber der Greif ist bestimmt ganz am Ende dann, oder? Ja, das ist okay. das geht auch noch so gerade ja alles prima das ist ganz gut dass wir bei diesem relativ leichten kampf denn schon mal bürst aufbauen können und punkte sammeln können und so weiter weil die schildkröte hat noch ganz wenig die könnte man mal wegnehmen dann ist die frage ist knos noch vor der schildkröte dran ach so warte mal du machst es noch approach bereitet sich quasi auf den nächsten kampf vor so genau und knos macht will und tick ja 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 Das war's für heute. So, Level Up hat nicht die Hit-Points, aber hat fast die Hit-Points auch vollgebracht. Ja, war ganz gut. So, hier können wir graben. Ja, Warnung, dickes Monster. Der hat auch noch zwei Begleiter, oh, und der ist zuerst dran. Und er haut ganz okay zu. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Jo, ich muss mal gucken. Äh, achso, genau. Das machen wir gleich. So, du kannst auch ein Item nehmen oder Psy Blast? Das ist die Frage, machen wir die Kleinen erstmal weg oder erstmal den dicken Greif? Ich glaube, die Kleinen machen kaum was, also den dicken Greif. So, und jetzt dann, dann haben wir wieder Punkt dazu bekommen. Jetzt gucken wir mal, dass wir Errorain brauchen, wir noch einen weiteren Punkt. Ähm, okay. Wieder, warum ist das umgesprochen? Achso, weil nur die beiden das können, alles klar. Ich kann das bei Knopf gar nicht sagen. So, Sophie hat Heilung für alle. Was für ein Item wäre dann noch sinnvoll? Eigentlich komm, oder nein, die Bombe, warte mal. Die müsste doch jetzt schon ganz gut wirken bei dem. Ja, hat sie. Oh nein, und dieses Mistvieh hat Vieres die Punkte gestohlen, bevor ich X drücken konnte. Oh nein, oder? Das sieht ja cool aus. Ja, der hat geklappt, sehr schön. Okay, der Loot war Schrott, aber wir haben die Route fertig. Oh, jetzt können wir den Rios Myst Distrikt entwickeln. Da gibt es dann auch eine neue Forschung, das war ja das, wo ich mich schon mal gefragt hatte, ob wir das kriegen. Und wir können neue Facilities bauen, sieht viel aus, ist aber eigentlich nichts. Das ist halt nur andere Grasbüschel, ein Fähnchen. Also jetzt können wir quasi Zäune durch Mauern ersetzen und solche Sachen. Ja. Was ist das? Ich dachte erst das wäre so eine Blumenampel, aber nein, es soll tatsächlich eine Rüstung für Frauen sein. So und das war, ich weiß nicht, wer uns das Rezept jetzt mitgebracht hat. Auf jeden Fall eine Alternative zu unserer Steel Armor. Wir brauchen ja auch seltene Sachen, Steel Balls und so. Dann die Tinte, super, super, super. Damit können wir später unsere Bibliothek irgendwann mal machen. Warte mal, da müssen wir gerade mal eben das auf die Wunschliste setzen. Und zwar einmal das, einmal das. Die anderen Sachen haben wir noch. Deluxe Pancakes, ja, Honig ist noch auf der Wunschliste. Und hier, das können wir so lassen. Okay. Genau, Icebox können wir jetzt herstellen. Damit wir unsere Lebensmittelläden verbessern können. Da können wir das mal zur Wunschliste packen. Und, ja, das weiß ich, dass wir Eiche ein bisschen auf Vorrat haben müssen. Muss ich jetzt nicht auf die Wunschliste packen. So, wir haben irgendwas erfüllt. Ne, wir haben irgendwas bekommen. Tier heute herstellen. Komet brauchen wir noch drei Stück, sehr schön. Hm. Okay, Level Available, müsste ich investieren. Have Chainsawed. Das ist dann wahrscheinlich die Forschung, die wir jetzt machen könnten. Die nochmal 10.000 kostet. Ja, und hier habe ich komischerweise nur 191, wo ich glaubte, ich hätte 200. Dann machen wir mal folgendes, dann werden wir hier mal zwei Sachen, oder zumindest eine Sache verbessern, nämlich das Atelier. Okay. Remodel. So, dann machen wir das hier mal ein bisschen grüner. Alles klar. Das ist das halt. Das ist ja auch das, was ich denke, ist ja komplett ausgeschlagen. Das ist eigentlich das hier, was wir haben. Es hat dann gar nicht so viel gebracht. Das haben wir sonst noch. Ja, wir haben wir sonst auch noch. noch ein alchemisten hier dafür haben wir keine steine mehr dann ist die frage was machen wir noch noch so ein feld gemüsegarten noch so ein grove um Jetzt haben wir sieben Punkte dazubekommen, das würde noch nicht mal reichen. Um... dachte ich hätte die ganze straße anklicken können aber war leider nicht so ok dann baue ich hier doch ein gemüsefeld hin einfach um sicher zu sein dass wir nächste runde das erweitern können danach kann ich dir nur umziehen und sowas so das heißt ich könnte jetzt auch schon hier jetzt ist aber 182 ok weil die sachen die ich jetzt neu baue noch nicht sehen ok achso nee den kennen wir schon alles klar müssen wir irgendwas verkaufen nein so brot ist alle wir können einmal apfelkuchen verkaufen du hast irgendwas mit ja wieder portable worte braucht kein mensch dann verkauft ich den wein und du das öl ja ist halt so music box kannst du weiterverkaufen wunderbar ja beide music box verkauft ansonsten gab es auch nichts sinnvolles oder naja so dann machen wir am meisten geld mit so waffen laden wir können noch einmal battle mail verkaufen ok zu den globen und noch mal glaube ja So, Produktion. Ich bin mir noch nicht so sicher. Wir machen die Produktion später. Zur Not bleibt die halt so. So, die großen Ateliers sind alle unten. Okay. Oh, stopp, 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 stopp. Fairy Setting. Mist. Mist. Also es schienen schon überall Feen drin zu sein, ganz automatisch. Sollte aber auch nochmal sicher gehen. So. Ja, Tinte. Fünf Stück. Um... ich weiß gar nicht wie viel brauchen wir jetzt 46 oder drei oder sowas brauchen wir glaube ich noch ja noch drei dann gehen hier vier insgesamt kann ich elf davon herstellen dann mach du auch mal vier und hiervon auch vier fahrer genau Warte mal, wie ist Timber? Haben wir noch genug? Noch mal eine. Wir haben kein Chainweb eingesammelt, warum auch immer. Das wäre schön für einen Lebensmittelladen. Achso, warte mal. Erstmal fehlen hier noch drei davon. Ja. Und davon noch fünf Stück herstellen oder sechs. Ich weiß nicht, wie viel wir da auf einmal verkaufen können. Und dann vielleicht Honig nachcraften. Also da ist ja auch immer die Fee zu sehen, wie da eingestellt ist. Das ist rechts im Bild. Gucken wir mal, geht das noch? Ja. Das machen wir weiter so. Das geht auch weiter so. Ja, bitteschön. Dann lassen wir das direkt so. Das ist okay. Das ist okay. Okay. Genau. Der passt auch noch. Icebox So, da kommen wir jetzt zu den grundsätzlichen Ateliers. Genau, nochmal 8 Honig, das ist eigentlich kein Problem. Der muss weg. Mach das ruhig so, ist egal, das muss weg. Ja. Warum ist Bruce hier angemarkt? Wofür brauche ich das? Ich mach nochmal 5, wenn du mir das sagst. Ja, noch 4. So, jetzt haben wir 5. Distorted Stone, noch mal, noch mal, 3, Eisbox machen wir noch mal, 4, Skabel haben wir, Rich Sawler haben wir unendlich viel, 37er alt, unendlich viel, wo Tafeloi haben wir verbraucht für irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich so viele brauche, das lassen wir mal lieber, genau, Tafeloi hatten wir jetzt, wie viel hergestellt, 3, dann machen wir noch mal 6 weiterer, dann gehen uns die Diamanten aus. Jetzt haben wir wieder einen Diamanten. So, dann haben wir wenigstens wieder 5 Diamanten. Also, das ist noch zu wenig eigentlich. So, zumal 6. Ähm. Polishing Powder brauchen wir auch. Ich weiß nicht mehr, wie viel Feste ich noch übrig habe. Wir machen das mal so. Mal kurz was gucken. Lüdi geht gleich weiter. So, jetzt habe ich nämlich hier die Möglichkeit zu gucken, wie viel haben wir jetzt noch eigentlich übrig? An fest. Noch 7 Stück. Flügel brauchen wir Animal Hide für, was okay ist. Ich muss gerade noch mal nach Pure Oil gucken, weil wir das ja immer brauchen. Äh. Stellen wir das jetzt gerade her. Ja, wir stellen 10 her, wir brauchen 10, 6 verkaufen wir noch im Laden. Okay, dann haben wir noch 4 davon. So, dann machst du auch nochmal 2 Pure Oil. Dann können wir nächste Runde nämlich auch noch was im Laden davon verkaufen. Ja. Das wäre ganz hübsch. Von der Runde noch nicht her. Ja. Ja. Jetzt kommt es an der Runde. Säktur. Unicar south. Wie viele Jahre sind denn? Ja. Heute? Und zwar eine Runde. Aber hier habe ich nicht gesperte. Aber hier sind die Chernen Einsteiger. Ingrid, das weiß ich nicht mehr. Verbrauchen wir noch Steel Balls? Ja, verbrauchen wir alle. Wie ist es jetzt mit Beehive? 39, da wäre noch was drin. Dann noch 5 extra Zettel. So, reicht das mit Beehive noch? Ja, also gerade. Und ich habe vergessen, ein Atelier zu bauen. Ich baue andere Sachen, das ist schade. Ich fette mir jetzt nämlich gerade auf. Können wir Fertilizer schon herstellen eigentlich? Dann mache ich jetzt Flügel. 2. Okay. Dann Kontrolle, dass alles passt. Boah, wir verbrauchen 234 Fire Element, diese Runde. Oh, Tarflut ist knapp. Tarflut muss ich mehr herstellen. Das Öl ist genau richtig. Zu viel Eiche. Das ist genau. Um. Machen. So, wir sind bis Eiche gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Polishing Powder verbrauchen wir ein zu viel. Oh Mann. Ich weiß nicht wofür. Wer verbraucht mein Polishing Powder? Du möglicherweise. Ich glaube Spruce, da könnte was drin sein. Ja, haben wir ein weniger. Ja, wir sind bis Polishing Powder gekommen. So, Diamant, Clay, alles gut. Boah, Mehl brauchen wir auch 45 und bestellen nur 15 her. Ja, da können wir nächste Runde nicht viel backen. Ja, jetzt wieder die Phase, wo man mehr Alchemisten gebrauchen kann. Es gab ja mal die Phase, wo ich nicht alle Alchemisten beschäftigen konnte. Na okay, so passt es. Ehrlich gesagt gefällt mir das mit dem Mehl, aber nicht so, dass wir davon so wenig haben. Ich weiß nicht, wie es das mit dem Mehl ist. So, jetzt habe ich aber alle. Ähm, ja genau, Produktion. 48 Weizen, das sind quasi 24 Mehl. Genau, Tafu wollte ich mehr. Dann mach du einfach mal Tafu. Dark Shroom ist neu. Ich weiß nicht, ob wir dreimal Öl brauchen. Ich weiß auch gar keine Grapes. Ich lasse es nochmal so. Gut, ich würde sagen, wir können Dispatch sagen. Und irgendwelche Fehler korrigieren. Animal hide sollen wir sammeln. Wie viel? 25. Und das ist ganz gut, wenn wir zwei da hinschicken. Das brauche ich, das brauche ich nicht unbedingt. Wer ist das? Eisel. Mal kurz gucken, ist hier sonst noch jemand ohne Fahrschein Wayne, genau. Trotzdem nehme ich hier Eisel kurz. So, die haben wir ganz neu. Da könnte Wayne mal hin. Jaaa, können wir bei Forschung eben gucken, dass ich diese Dinger hier noch brauche. Wo sind sie? Eternal Silver ist erledigt, aber ich glaube es war noch woanders. 20. Okay. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall sammeln. Das ist okay, das ist halbwegs okay. Ja, das ist auch okay. Ja, hier fehlt jemand. Fest ist aber auch wichtig. Steel Bolts ist auch wichtig. Okay, brauche ich zweimal fest. Ne, machen wir jetzt diese Runde nicht. Lapis geht hier hin. Tja. Mehr ist nicht drin. Okay, also ich denke nicht, dass ich noch etwas vergessen habe, hoffe ich mal. Mal hier kurz reingucken. Genau, das war das Freundschaft Level. Hier war ja alles Forschungssache. Ja. Ja, auf geht's. Komm. Okay, das sah zumindest nichts Schlimmes aus. Ja, die eine Forschung, die hatten wir ja schon von Beginn an quasi, also als wir die Aufgabe bekommen haben, war sie schon erfüllt. Es gab einen mächtigen Bevölkerungsschub. Es gab einen mächtigen Bevölkerungsschub. Wenn ich nicht mal wie ein bisschen mehr als das. Ich habe einen zog. Nein, das ist richtig. Wenn mir noch nicht mehr als das, dann war es wichtig. Okay, das war die Aufgabe. Nein, das war die Aufgabe. Ich kann uns nicht mehr. Genau, das war die Aufgabe. Ich habe mich auch die Aufgabe. Ja, das war das war, wenn ich nicht mehr so war. Ich habe meine Luca. Oh, guck mal, wer da ist. Ach, diese Stadt wird immer größer, größer und lebendiger, lebendiger, also geschäftiger, geschäftiger. Ja, genau. Mehr Einrichtungen bedeutet auch, dass man mehr Waren verkaufen kann. Und das heißt, die Bevölkerung erhöht sich weiter. Ja, alles dank Marie und den anderen. Die Dinge entwickeln sich so viel schneller, wo die Alchemisten hier sind. Aber bei all diesen neuen Stadtbewohnern, meinst du, da sind auch ein paar Alchemisten dabei? Ja, ich habe welche gesehen. Das ist sehr gut, aber das ist nicht so einfach. Vielleicht bist du ein wenig zu gierig. Alchemisten sind immer noch selten in unserer Welt. Weißt du? Deshalb kommen die auch alle aus anderen Welten zu uns. Ja, weiß ich doch. Ich habe nur laut gedacht. Schau dir mal all diese Leute an. Hm, das sind aber seltsame Kleider. Ich frage mich, ob das Reisende sind. Tja, alle drei aus Arland. Glaubst du, wir sind am richtigen Platz? Das sieht hier viel entwickelter aus, als ich erwartet habe. Ja, vermutlich schon. Es gibt hier ja keine anderen Dörfer in der Gegend. Kann ich euch drei irgendwie helfen? Ah, Entschuldigung. Ich möchte ein bisschen sagen, aber... Hier ist es in der Westerwald? Oh, es tut mir leid, aber ist das hier der Westerwald? Ja, genau. Das hier ist das wunderschöne Dorf Westerwald. Oh, so. Schön, gut. Ich habe mich mehr als ich gehört habe, und ich habe mich nicht mehr verstanden. Ach, Gott sei Dank. Das ist viel größer, als wir gehört haben. Deshalb war ich nicht sicher. Naja, dann vielen Dank. Jeder hat hart daran gearbeitet, die Stadt weiterzuentwickeln. Ich weiß, das klingt jetzt ein wenig unhöflich, aber kann ich deinen Namen wissen? Oh, ich bin Nelke, die Tochter des Lords vom Westerwald und Verwalterin dieses Dorfes. Und das hier ist Misty, mein Hausmädchen. Ähm, ja, dann könnt ihr euch ja quasi auf Augenhöhe unterhalten, denn die Dame mit der Krone ist halt Prinzessin. und ihr Vater war eben auch König von einem Ort. Verwalterin heißt das, du hast hier das Sagen? Oh, dann musst du aber richtig gut in deinem Job sein. Das ist fantastisch, wenn man bedenkt, wie jung du noch bist. Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ähm, du musst mir jetzt nicht schmeicheln. Ja, natürlich. Wie dem auch sei, was bringt euch drei denn hierher? Ach ja, genau. Weißt du irgendwas über den Kranzweitbaum? Ja, tatsächlich weiß ich das. Ähm, wir forschen über den, während wir das Dorf hier weiterentwickeln. Und wir haben das große Glück, dass hier etliche Alchemisten leben. Also läuft alles ganz geschmeidig. Und wir haben bislang eine große Hilfe mit dem Kranzweitbaum. Ähm, deshalb werden wir schon bald viel Neues über ihn wissen. Oh, ich verstehe. Wenn es dir nichts ausmacht, können wir denn vielleicht auch mithelfen? Denn zufällig sind wir drei auch Alchemistinnen. Was, ihr alle? Was, ihr alle? Ja, ich bin Meruru. Hier ist Totori, und dieser ist Sonomata-Sensei, Rorona-San. Ja, ich bin Meruru. Das ist meine Lehrerin Totori, und das ist ihre Lehrerin Rorona. Freut mich, dich kennenzulernen. Wir haben von dieser legendären Frucht gehört, die ihr hier anpflanzt. Und wir wollen sie unbedingt mal probieren. Oh, ich bin Meruru, und ich bin Meruru, und ich bin Meruru, und ich bin Meruru, und du bist so ein kleines Schweinchen, Rorona. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ähm, aber ich denke mal, jetzt ist es okay, dass es mit Alchemie zu tun hat. Also, Nelke, gibt es die Chance für uns, dass wir hier helfen, und dann einen Teil der Frucht bekommen? Ja, sicher, mir macht das nichts aus. Und alle freuen sich schon auf diese Frucht. Ja, das ist ja fantastisch. Ich kann gar nicht abwarten, anzufangen. Oha. Drei neue Ateliers bauen, vier neue Ateliers bauen. Wie kommt es, dass so viele Alchemisten hier sind? Irgendwie wird der Baum damit zu tun haben. Ähm, aber selbst wenn das stimmt, weiß ich nicht warum. Der, äh, Gelehrte hat doch diesen Baum erschaffen. Also muss es da einen Grund für geben. Kann es damit zu tun haben, warum der Baum keine Früchte trägt? Ja, es gibt also noch einen weiteren Grund, äh, weiter zu forschen. Äh, Nelke, ich habe hier den Untersuchungsbericht für dich. Danke, Misty, lass mal sehen. Wir können, äh, den nördlichen Wald der südlichen Sümpfe, oder, naja, Marsch ist, also, Marschland ist ja kein Sumpf, aber ist halt, ja, feuchtes Land. Äh, das können wir halt, ähm, besiedeln. Achso, entweder den nördlichen Wald, oder die südlichen Marschlande. Ja, der Wald klingt einfacher. Das stimmt allerdings. Ist wahrscheinlich leichter, Bäume zu fällen, als, äh, Land trocken zu legen. Haben wir denn genügend Werkzeuge und Personal? Wenn wir nur Äxte benutzen, wird, äh, das Roden des Waldes schon ganz schön lange dauern. Ja, das stimmt allerdings. Ist zwar nicht unmöglich, aber ich weiß nicht, ob wir dann noch genug Zeit für die angemessene Bevölkerungsentwicklung haben. Tut mir leid, dass ich euch störe. Hallo. Hallo, ihr beiden. Kommt ruhig rein. Hast du irgendwie ein Problem mit irgendwas, Nelke? Ja, das kommt jetzt plötzlich. Naja, Sue und ich haben uns neue Rezepte angesehen und wir, äh, versuchen uns gerade ein Thema zu überlegen, auf das wir uns konzentrieren. Und wir dachten, es wäre doch nett, wenn wir etwas machen würden, was bei der Entwicklung von Westerwald hilft. Ja, das wäre wirklich nett. Also, gibt es da was? Naja, ähm, ein Flammenwerfer fürs Roden. Ich verstehe, du willst also dieses Gebiet da entwickeln. Ja, da hättest du dann schön viel Holz. Ähm, okay, wir arbeiten mal an Rezepten, die dir dabei helfen, den Wald zu roden. Ja, meint ihr wirklich, ihr kriegt da was hin? Ja, auf jeden Fall. Eine super scharfe Axt wäre ja leicht. Oder vielleicht auch ein Gegenstand, der Bäume ganz alleine fällen kann. Ja, das klingt doch großartig. Daran arbeiten wir und ich bin sicher, wir werden ein fantastisches Ergebnis erzielen. Ja, auf jeden Fall. Überlass es einfach uns, Nelke. Ja, ich danke euch sehr. Ich verlasse mich auf euch. Großartig. Das heißt, wir haben viel neue Forschung. Entschuldige, Nelke, hast du kurz Zeit? Ich würde gerne mit dir über etwas sprechen. Oh, hallo Wiese und Klein ist auch dabei. Da ihr beide hier seid, hat es wahrscheinlich was mit Mala zu tun. Ganz genau, ich habe mit Klein gesprochen und uns ist beiden was aufgefallen. Ja, wir haben tatsächlich, wenn auch nur in ganz geringer Menge, die Macht der Mana gespürt hier im Westerwald. Ach wirklich? Also könnte es hier eine eigene Mana-Quelle geben? Das können wir jetzt noch nicht sagen. Deine Welt ist ja auch mit anderen Welten verbunden. Also es ist vielleicht einfach eine Art Überfluss von diesen anderen Welten. Aha, ich verstehe. Also kann man nicht sicher sein. Ja, aber ich denke, die Chancen sind niedrig. Ja, wenn hier Mana von anderen Welten hineinfließen würde, dann wäre es ja auch nicht ungewöhnlich, wenn sich das Mana selbst hier auch ansiedeln würde und Wurzeln schlagen würde. Könnte das sein? Ja, ganz genau. Wir glauben, dass Mana kommt von dem Granzweitbaum. Ich wusste es. Das war ja wahrscheinlich. Ja, Mana ist eine Schlüsselkomponente der Alchemie. Und wie du sagtest, ist der Granzweitbaum ein Relikt des Gelehrten. Das heißt, es hat also direkt etwas mit der Alchemie zu tun. Wir glauben, dass vielleicht sogar der Granzweitbaum selbst Mana ausstrahlt. Und deshalb wollten wir einen Gegenstand bauen, der auch noch die kleinsten Spuren von Mana erschnüffeln kann. In unserer Welt wäre er ziemlich nutzlos, aber in deiner Welt, in einer Welt ohne Mana, ist es genau das, was wir brauchen. Also sagt ihr, könnt ein Gegenstand kreieren, der uns in Richtung der Quelle der Kraft hinführt. Also eine Art Mana Kompass. Ja, würde es dich stören, wenn wir das mal ausprobieren? Nein, nein, macht nur. Danke. Wir werden es also dann auch testen, sobald es fertig ist. Okay. Ja, diese feuerfeste Platte können wir jetzt herstellen. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Und Dünger können wir herstellen. Sehr schön. Dünger. Können wir bessere Felder machen. Hier fehlt uns Eternal Silver. Das wundert mich. Ich dachte, ich hätte gerade acht gesammelt. Aber gut, kann ich mich auch irren. So, das haben wir fertig mit dem Comet. Noch mal Geld und ein bisschen Bevölkerung. Naja, also hier fehlt uns noch jemand. Hier brauchen wir noch eine Runde für, also eine Woche für Eternal Silver. Hier brauchen wir zehn Früchte, Tee und Nein. Das hätte ich schon längst herstellen können. Dafür gibt es ein Waggon für Dessert. Also, keine Ahnung, wofür der gut ist. So, Stadtbau. Genau, dafür brauchen wir Spruce und Kimberleet und können dann Construction Plus Eins. Das scheint also so, dass wir dann nicht nur zwei, sondern drei Gebäude die Runde bauen können. Also schon mal sehr reizvoll. Dauert auch zwei Runden, okay. Ja, hier brauchen wir noch mal Farbe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hier ist nämlich schon die silberne Flüssigkeit, wo ich noch sagte, wenn wir sie diese Runde nicht brauchen, dann brauchen wir sie nächste Runde. Und hier brauchen wir fünf Craft. Ja, das wusste ich halt vorher nicht. Da stand ja nur, dass wir erst diesen Rios-Müste-Distrikt bebaubar machen. Okay, scheint also doch was mit Wegsprengen des Waldes zu tun zu haben, wenn sie dafür Craft brauchen. Raiden Ore ist ja auch so ein Blitzmetall. Aber hier haben wir jetzt endlich genügend Freundschaftslevel und können den Mana-Detektor bauen. Sehr schön. Deshalb gerade auch das Gespräch. Prima. Ich schaue nur schon mal für die nächste Folge. oder können wir zum großen Pass reisen. Oder wir könnten hier diese Bestien nehmen. Level 20, also es wird nicht einfach. Weiß ich noch nicht. Was gäbe es hier Schönes? Fadenleid. Fadenleid. Keine Ahnung. Junk, Kimberlead. Ja. Level 16, Level 17 Monster. Kostet auch schon 5000. Da habe ich mich noch nicht entschieden, was ich machen will. und bei den Besuchen. Nächste Folge. Ja, auf jeden Fall Feld. Und zwei andere. Müssen wir noch mal schauen. Aber jetzt mal gucken. Ach nee, doch Extras war, glaube ich, richtig. Äh, Enzyklopädie, Characterbook. Kann man halt sehen, wie weit man schon gekommen ist. Hier rechts beim Ereignisfortschritt. Oh je, oh je. Da hat man so das Gefühl, gar nichts geschafft zu haben. Naja. Gut, für heute soll es reichen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.